2018 2018 flawless football hit draft one box break good luck everybody rechts ist die draft oder reihenfolge stefan hat den ersten pick also stefan viel glück box nummer 1 wir haben break nummer zwei auch noch hier nach nach dem ersten break sehr schöne box den kopf aus auch wenn eine dalle drin ist kann ich leider nichts hier kann man sehen ist eine kleine dalle drin aber sie trotzdem sehr cool aus hochglanz hier aber seid ihr bereit box also ich muss ja noch aufmachen ich sehe das ja das geschlossen und hier ist auch geschlossen die leiterbilder dinge kann ich nichts an ändern also hier eben gucken ich glaube in der mitte ist das pack da ist es doch versteckt also sind drei hits noch hier in dem in der box drin die sind nicht die box ist ja schon zählt also viel glück hier we go viel glück heimat ist also erste hit ist ein jumbo patch und der geht an karen johnson 1 von 10 für die detroit lions also ist nicht für die line sondern im hit draft aber 1 von 10 karen johnson guter rookie ja das wäre jetzt nächste ist triple patch triple patch josh allen lechon mccoy und say jones nummeriert 4 von 5 4 von 5 triple patch für die bills nicht schlecht weiter geht das ist ein nasty ding wow das ist ein geiler patch schaut euch das ding hier mal an melzene goller patch auto 14 von 15 wow das ist nice das auge von den eagles sehr cool nelson goller 14 von 15 wow nächste ist wow noch ein patch auto sehr sehr short printed für jeremy schocki 1 von 5 jeremy schocki 1 von 5 emerald tight end für die giants ja gut für die giants jeremy schocki sekunde meine kleine schreit oben tut mir leid ok nächste hit ist gold auto für calvin ridley 7 von 15 calvin ridley falcons 7 von 15 nice guter rookie all right nächste ist wow ziemlich short print wie wer smith 1 von 4 michael gallop dallas cowboys sehr viel tief limitiere hits und der letzte hit erstmal bevor zu den letzten drei gehen oder sind zwei da drin ich weiß gerade gar nicht für die bangles aj green patch auto 12 von 20 aj green jetzt die schöneren noch schöneren hoffe ich jetzt das mal eben gucken haben wir drei stück ok also die ersten sind die diamond base wahrscheinlich schauen wir mal die erste ist nice brett fahrer 5 von 15 mvp 5 von 15 base aber die base sind eigentlich ganz nice also sehr schön brett fahrer brett fahrer die nächste base ist die nächste base ist die damien tomlinson für die chargers 10 von 15 mvp chargers hit und der letzte hit sollte was gutes sein normalerweise schauen wir mal wir haben wir haben nice wie wärs mit big ben 9 von 10 patch auto steelers 9 von 10 ben rötelsberger nice schönes ding das war es schon für diese box geht immer schnell vorbei hier ist ein zertifikat noch drin für die diamonds und schlüssel also das war box nummer eins ich poste gleich bilder und die drei in folge bei facebook und dann können wir da den draft machen ok also das war break nummer eins break nummer zwei folg bis dann 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 bis Vielen Dank.